und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von 7 days to die was ein schwieriges wort meine damen und herren und ich wünsche euch ein erst mal herzliches willkommen natürlich ich hoffe euch geht es gut mir geht es gut und wir bauen heute das heißt wir bauen die ganze folge und das baum ich habe hier ein bisschen schmarr nahm bis zu ende gemacht jeden raum fertig gemacht ich vorbereitet ich habe jetzt schon genug holz metall habe ich auch eigentlich genug wir machen die fenster auf jeden fall und das große projekt jemand tür rein vielleicht später und hier machen wir auf jeden fall eine terrasse das werden aber das dauert noch ein bisschen deswegen machen wir erstmal das hier so guck mal wir gehen machen das gleich so so ach so wir nehmen die kante an habe ich mir jetzt überlegt hat immer noch ein bisschen jetzt kommt mir auch ein bisschen an so ich habe noch nicht überlegt was wir genau wie wir das genau machen nur ein bisschen geländer oder so ich habe mich verbaut so perfekt oder wir nehmen die kante hier so 1000 holz oder so ja ich verschwende auch nebenbei ein bisschen was aber das werden wir sowieso glaube ich verstärken müssen so ich hoffe euch geht es allen gut mir geht es auf jeden fall gut ich glaube das spiel habe ich echt nicht gedacht dass das auch wirklich viel spaß macht so ich guck mal was wir noch machen können also und da wird zwölf das ist doch schon mal gut so also jetzt haben wir das hier fertig aber ich würde sagen wir machen wir verbinden das hier so ein bisschen ja ich glaube wir machen das mal so so und hier genau so ja was habe ich sich jetzt habe auch mitgenommen jetzt habe ich das weggemacht ich habe den falschen knopf schon wieder gedrückt wenn ihr das in den falschen knopf drückt und ihr kriegt das erst übel spät mit da suchen wir uns nachher noch ein paar stühle oder so genau einen tisch machen wir dann auch noch fertig so zehn stück bedeutet wir müssen gleich wieder welche herstellen so dann stellen wir noch welche her die da seht ihr 1300 haben wir das geht ja noch ne machen wir mal 15 stück reichen glaube ich benjamin franklin hey jetzt wird ist auch egal so ja ähm was wollte ich noch sagen ich hoffe euch gefällt das jetzt play also ähm das ist mir schon wichtig ein abonnent haben leider weniger schon wieder schon wieder naja jetzt fehlen wir noch fünf stück oder zwei vier fünf fünf stück fünf sechs fünf 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 fün fünf fünf el нибудь so perfekt jetzt noch die reihe je nach jetzt hab ich den falschen weg genommen ich krieg doch einen korn na komm also manchmal ist das echt bescheuert mit dem ding das ist denn jetzt los wollt ihr nicht machen da schon wieder nicht naja geht doch so haben wir das auch bald fertig dann müssen wir mal gucken dann gucken wir mal im inventar durch also die fertigungs inventar sag ich jetzt mal ob man so eine geländer machen kann oder sowas also einen viergegenklotz möchte ich dann nicht unbedingt oben drauf haben und und 50 aber das andere geht jetzt ziemlich schnell muss ich ja echt ehrlich mal sagen und das geht ja gar nicht so da komm schon so jetzt hat er eine stopp haben wir doch gekriegt so ist das schon mal gut aus das kommt hier auf jeden fall noch weg und deswegen gucken wir mal in den inventaren baumäßig gebäude gebäude stehen weg holzklappe holz center holz hinten block holz schräge holz rampe komplette ecke kann mit holz und bauwerkzeug aufgereiht werden kann mit alteisenbeton alteisen 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 platte gefährte aufgewachsen holz der holzstützbalken holz schmiedel giebel schindel ecke 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 holzstufen lagerfeuer flastersteinrahmen rampe verstärkte metallverkleidung beton 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 doppelbett gebäudeaufbewahrung gebietsschutzblock gesundheitsaufbewahrung harte metalltür möbel mobiler scheinwerfer metall gibt es wohl nicht wahr trisor klappe nicht schlecht wandtresor schrauben fehlern und alt zementmischer werkbank weiß aber schrie hier ist schon mal nicht rohstoff ist schon mal nicht kann ich jetzt schon sagen scheinwilfe blablabla also der ganze motor zusammen basteln glaube ich beton schon zement munition und waffen essen kleidung leder brennschienen leder lederhandschuhe ja dann brauchen wir leder für es gibt auch sachen ne jetzt ist mir das gerade mal bewusst weil ich jetzt gerade mal hier durch gucke ok dico metallschild weißer lattenzaun 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 ja da sind wir mal den favoriten mit rein 10 stück 16 so da sieht nicht ok könnte besser sein doch es geht da doch da würde ich in ecke für ne scheiße naja wir machen erst mal so So, Rimmau. Also, ich habe keine mehr. Aber der Mauer noch mal, ne? so da muss ich mir noch überlegen vielleicht gibt es da so ein Eckteil oder so aber ich glaube, das habe ich gerade nicht gesehen ach komm, sollst du mich jetzt rollen oder was ja genau, ich habe eine richtig geile Idee passt auf ich bin wieder zurück ach man so da oben noch ein so genau aber die Schraube wäre schöner gewesen Hass, haha, nein äh, scheiße ähm, da ich habe das U vergessen, ich wollte Haus schreiben so 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 D... E... Reicht das hier überhaupt? Ja locker. Äh warte. Jetzt brauche ich CH. Ah ja Leute. Wir schaffen eigentlich gar nicht das was ich vor hatte. Aber es gibt halt so viel was man so machen kann ne. Es ist schon nicht schlecht. Obwohl ich sehr skeptisch gegen den Spiel war muss ich ehrlich zugeben. Weil ich bin nicht im Bau... ne doch bauen schon. Also das macht mir schon richtig Spaß. Äh... So... Haus... Der... Sch... Schreie... Habe ich 1 S... Äh... Wir machen oben nochmal fix ähm... Die Fenster hier oben. Genau. Hier gehen wir mal nach oben. Und ein paar Fenster. Na komm schon. Hier ist nochmal ordentlich. Aber erstmal kommen die Hauptteile... Die Hauptfenster. Die sind hier... Die sind hier... Also erstmal alles kaputt machen. Jetzt mal alles kaputt machen. Gut. Fenster. Awww. Was ist das? No, der Mann ist mal. So. Hm. Oh. Ich hab auch keine andere gehabt. Die Diener sind ja schick aus. Oder? So. Jetzt noch hier nochmal. Also eigentlich ist das gar nicht so schlecht, ne? So. So. Hier, die noch mal ein bisschen kaputt machen. Hm. So. So. Dann fangen wir mal an hier. Nein. Das ist scheiße. Mach ich gleich weg. Mhm. So. Perfekt. Wieso geht das? So. 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 Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Nein. Da. Da haben wir wieder 10 Punkte, das ist doch schon mal sehr gut. So. So, das ist auffällig. Jetzt müssen wir noch das hier. Komm schon. Geht doch. So, dann gucken wir noch mal. Man könnte ja eigentlich auch gucken, ob man die noch ein bisschen aufhalten kann, ne? Ich glaube nicht. Das sind nur Fenster. Und Ende. So, guck mal. Was ist das denn? Ist ja kacke. So. Sieht doch wieder schick aus. Jetzt gehen wir noch mal runter, würde ich sagen. Das war jetzt die falsche Seite. Ja. So, hier kann ich komplett dicht machen. So. So. Oh, ich habe Toast. Kein Problem. Perfekt, da kommt noch eine Reihe, ja, bist du jetzt da, oder wie? Ach so, okay. Ja, okay, kommt noch ein Meter. Wie lange brauchst du? Ach so, okay, ich bin jetzt da. So, Leute, wichtiger Anruf, deswegen machen wir das hier noch fix, so, so, so. Deswegen muss ich auch gleich los. Oh, das ist doch kacke. Äh, ich wollte noch, eigentlich. Gut. Okay, Leute, das war es dann für diese Folge, wir sehen uns in der nächsten wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und, naja, wir werden mal weitersehen. Nächste, ich glaube, nächste Folge kommen wir ja wieder ein bisschen was bauen. Und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Okay, vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ciao.